Ich habe ein Wesen aus Feuer gesehen, ein Mädchen mit flammendem Haar. Als ich den Text zu Feuergeist zum ersten Mal gelesen habe, da habe ich erst mal gedacht, das ist eine klassische Ballade, so ähnlich wie vom Zauber des Wildfräuleins. Aber dann fiel mir auf, dass da eigentlich noch viel mehr Energie drin steckt. Und dass gerade dieser Feuergedanke, dass etwas brennt, das geht ja nach vorne. Und diese Hitze, die da entsteht, die kann man nicht einfach nur in einer Ballade ausdrücken. Da braucht man eben Party, nichts anderes. Und so sind wir zusammen auf die Idee gekommen, da so einen besonderen Song draus zu machen, der zwar ruhig beginnt mit einer Ballade, mit leichtem Picking, aber sich dann komplett dreht. Und diese Entwicklung des Songs, das ist das, was den ausmacht. Der Text zu Feuergeist hat eine ziemlich verworrene Geschichte. Ich habe angefangen, einen Text zu schreiben über einen Weingeist, der gerne Mee trinkt. Und bin immer weiter abgedriftet. Irgendwann hatte der Weingeist rote Haare, irgendwann war der dann doch eher eine Frau. Eine Frau, ich mag ja Frauen mit hohen Haaren, und naja, dann entstand immer mehr ein Lied daraus, was immer mehr diese Feuerthematik aufgegriffen hat. Und es wurde immer, manchmal ist das so, wenn ich schreibe, es wurde erst ersichtlich, worauf es hinausläuft während des ganzen Schreibprozesses. Und ich bin sehr zufrieden mit diesem Lied, ich mag es persönlich auch sehr gerne. Feuergeist ist ein Song, der mir sehr viel Spaß macht. Einer meiner Favorites ist von der neuen Platte. Der wird auf jeden Fall die Herzen der Rock- und Metal-Fans, die wir haben, vielleicht in unseren Reihen ein bisschen höher schlagen lassen. Es ist einer, zu dem man gut abrocken kann, vor allem auf der Bühne. Das habe ich schon festgestellt mit den anderen Jungs. Und wir hatten ein schönes Finale. Am Ende haben wir uns ein bisschen ausgetobt. Da konnte ich mich dann auch ein bisschen austoben. Schöne Läufer am Ende, am Bass, eine schöne Rock-Nummer ist es geworden. Und ich bin froh, dass wir ihn auf der Platte haben. Feuergeist, was für eine wunderbare Nummer. Also für mich persönlich eines meiner Lieblingsstücke sogar auf dem Album. Besonders gut gelungen finde ich das Intro und die Art und Weise, wie es den ganzen Song ein bisschen einfärbt. Wenn man den ohne Intro hören würde, wäre es ein ganz anderer Eindruck. Und so wird das ein bisschen mystisch und ein tolles Kunstwerk insgesamt. Und so wird das ein bisschen Menº 7. Und so wird das ein bisschen wichtig, wie es den ganzen Welt gibt. Es ist es ein bisschen wichtig, wie es den ganzen Weltbild ist. Und so wird das ein bisschen verlassen. Gibt mir dein Licht, Ja, gib mir dein Leuchten und gib mir dein Feuer. Gib mir die Flamme, die dich so erhellt. Untertitelung des ZDF, 2020